Hoi zusammen und schön sind wieder mal dabei zu einem neuen Opening Video und zwar wird es heute wieder mal geil, es gibt ein Opening von dieser nice Pokemon Trainer Box Eine geile Box, hat viele Karten drin, viele Sachen, vor allem für sein Deck zu erweitern hat sogar noch 4 Boosters drin, mit Kartenwellen und alles drum und dran Ein cooles Teil, coole Box, schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal an Und ja, wie ihr gemerkt habt, meine Haare sind weg Okay Es ist ja mal Zeit geworden, um diese Haare zu schneiden Ich hatte sie dreimal gefertigt, innerhalb von eineinhalb Monaten und waren ziemlich am Arsch Ich dachte, weisst du was, machen wir wieder mal einen Cut und alles weg mit den Haaren Aber es ist easy, passt gut Zufrieden eigentlich Aber es soll ja nicht um meine Haare gehen heute und sonst schreiben sie mir gerne in die Kommentare Aber so und darum, die geile Box hier die jetzt gerade vor kurzem rausgekommen ist Wenn ich die Schachtel hier Vor allem die Schachtel ist schon wirklich nice Die ist wirklich schon geil Also jetzt Pokémon hier auch wieder etwas überlegt Hier haben wir Würfel drin natürlich wieder zum Spielen Unsere 4 Boosters haben wir hier, mal schauen was drin ist Schauerige Herrschaft Farbenschock Farbenschock Schauerige Herrschaft Ja, voll easy Zwei Coins Haben wir schlafen vergiftet Dann eben die geile Kartenhülle Also ein richtig cooles Design von der Schachtel Oh, und eben auch X-Bet Genau, X-Bet in Wii gibt es noch dazu Im Code natürlich Aber wie sind die jetzt verpackt? Ist mal etwas anderes Einfach so voll offen Einfach so voll offen Voll Kartenarsch Gerade zweimal Einer zum Spielen Einer zum Aufbewahren Hier sehen wir schon Links zu rechts Nicht gerade das Beste Aber die Karte ist überlebt Und da haben wir eben jede Menge Trendkarten Und das geht zu diesem Set Dass man auch gute Karten unser Set brauchen und reinsetzen Alles auf Deutsch Das ist hier die Box Hier jeder spielt Tauscht sein aktives Pokémon Durchsuche dein Deck Sehr gute Karten Er hält 30 KP Alles nice Das sind von Farbenschocken Karten Dann haben wir auch noch etwas vom anderen Set Zwei, drei verschiedene Sets Hier tauscht sein aktives Pokémon Sehr gut Wir haben hier Karten Das sind unsere lange 6 Karten Und hier haben wir noch Traumagil Einfach so noch dazu Also gute Karten Die kann man sich natürlich schön in Ruhe anschauen Und dann habe ich sein Deck hinzufügen Und jede Menge Energiekarten Und jede Menge Kann man brauchen Auch schon länger nicht mehr gut gemacht Machen wir es jetzt mal einfach ohne Karten Schauen wir mal raus Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Oh Kubalium in Holo Nice Das läuft Ist ja einfach so jetzt Pikachu in Vimex drin Wer weiß Hier machen wir schnell den Karten Trick So Hoppala Zu viel Brie Ziegeln Penis Fisch Wilmer Bipi Rotomorf Hornli Oh Der Glurakin Holo Richtig geil Nice Und wir haben hier den Wolverop Aber geil Schauen wir mal Der Holo Äh Holo Reverse Der Glurakin Reverse Natürlich mein Lieblings Pokémon Ja nice Da sage ich nicht Nein Kollegen Also einen geilen Hit haben wir doch noch angeholt Die Karte hat jetzt glaube ich um die etwa 20 Wert Aber Es ist Glurak Und dann haben wir auch wieder schnell den Karten Trick gemacht Schauen wir mal ob da ein Hit drin ist Mein Hornli Auf der Altoball Der Zwirlicht Der Mautzi Anma Ruma Energie Reverse Und Blitzen Da machen wir schon keinen Karten Trick Ja Wulak Krabbel Reverse Und das war's Ja liebe Leute das war's schon von diesem kleinen nice opening Natürlich die Trainerbox Wer sie will Es ist mehrheitlich ein bisschen um sein Deck zu erweitern Karten Trainerkarten vor allem Das geht zu dieser Trainerbox Voll easy Da habt ihr noch 4 Boosters drin Von Icbata Icbata Das mal 2 Voll Karten drin Ist voll easy Ist jetzt nicht zu teuer Um die 32 bis 45 Franken Je nachdem wo ihr es gerade bestellt Von dem her Voll easy Nicee Box Und ja Falls euch gefallen hat natürlich Lasst es gerne in die Kommentare Abonniert gerne Schreibt es gerne Schreibt es gerne Ob ich auch alle Openings auf Hochdeutsch machen oder nicht Schreibt es gerne in die Kommentare Und das war's von mir liebe Leute Bis zum nächsten Mal Peace Gehnt euch die noch Wenn wir von Schwert und Schild Wer will Halt raus